Hier geht's mit Elie Gella. Elie Gella. Elie Gella, du bist der Beste, Mann. Ich liebe dich. Herzlichen Glückwunsch, Elie. Ich bin großartig und ich sehe dein Video auf YouTube. Was geht ab, meine lieben Freunde? Wir haben mal wieder ein Wettessen. Letztes Jahr waren wir in L.A. Da haben wir das mit In-and-Out-Burger gemacht. Das Video könnt ihr euch gerne angucken. Und wir dachten uns, wir machen es diesmal mit Shake Shake. Wir sind hier in der Masse der Meinung, dass Shake Shake der bessere Burger ist. Und deswegen machen wir das dieses Mal hier. Wettessen, wer die meisten Burger essen kann. Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir die Challenge im Laufe des Videos ändern. Da Musti sowieso gewinnen würde. Ihr werdet nachher auch nochmal was gewinnen können. Was es genau wird, erfahrt ihr später im Video. Shake Shake ist, glaube ich, einer der beliebtesten Burger-Ketten, die es so gibt hier auf jeden Fall in L.A. Ich weiß nicht, ob es ganz genau in Amerika ist. Aber es ist wirklich ein top, top Burger-Laden. Gibt es leider nicht in Deutschland. Ich habe mir so eine Videos immer angeguckt, wenn ich selber gegessen habe. Lasst also gerne ein Like auf dieses Video da. Wir peilen mal die 35.000 Likes an. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Mit dabei werdet ihr gleich sehen. Wir machen es ganz klassisch. Wir nehmen den Shake-Burger. Der, das ist echt alleine. Nein, der ist klassisch. Wir nehmen.. No Bacon? Das ist ja jetzt まütig, ne? No Bacon? Ja. Ihr macht eure selber? Weil so ist es einfacher. Boah, Junge! Na also für uns, oder? Musti und mich. Was? Musti und ich, nehm, mach ich. Machst du für uns 15? 15? Aber Melina, du? Ich Eldos. Du Eldos? Was? Ich schaff 5. 4, 10, 15, ist gut. Eldos 3, Melina 2. Wir machen 16 Stück. 16 Burger, 118 Dollar. Erstmal 16. Shake, shake, nehmen wir hin. Für mich 2, 3, 4. Ich brauche, was du trinken währenddessen. Was ist Make It Camp? Na, das ist so mit Kaffee. So, dann ist unsere Bestellung jetzt erstmal. Wir haben 16 Burger. Das ist für uns und da kommt aber gleich noch Musti und Sydney machen ihre. Hier, das kann man auch direkt mal filmen. Gotti. Gotti. Vormummer auch direkt rein. Ach du Scheiße. Oder die denken wir sind hängen geblieben, ne? Bei der Bestellung denken die wir sind hängen geblieben. Melina, wie viele Burger schaffst du für den Titel? Ich würde locker 3, 4 schaffen, aber ich esse nur 2. 3. Äh, wir machen den Gewinner. Es gibt hier Favoriten, es gibt eigentlich starre Favoriten. Der Gewinner bekommt von allen anderen 100 Dollar und er, der Gewinner darf sich 2 Leute auspicken. Ja, du bist da nicht dabei. Der Gewinner darf sich 2 Leute auspicken, wie er der Diener ist für einen Tag. Der Diener für einen Tag? Ja, und von den 100 Dollar. Also Gewinner kriegt 400, 500 Dollar. Und ihr könnt auch was gewinnen. Ich verlose in den Kommentaren, also ich muss was Nettes kommentieren und natürlich Follower sein auf diesem YouTube-Kanal. Und auf Instagram. Wir verlosen 4x50 Euro PS-Ankart. Und wir verlosen, weil wir auch gerade Vita-Welt hier haben und da wird auch noch ein Video kommen. Wir verlosen ein Jahresvorrat Vita-Welt. Also er darf sich dann jeden Monat sozusagen so viel, oder wir machen es einmalig. Er darf sich ganz viel Vita-Welt bestellen. Jahresvorrat, keine Ahnung wie viele Diener das sind, aber schon viel. Liebe, geht raus. Einfach einen netten Kommentar reinkloppen. 4x50 Euro PS-Ankart. Und verloren sein. Prost. Da sieht man übrigens wie die gesmacht werden. Zack. Ich sage ehrlich, das ist mein Lieblingsfastenplan. Und da werden sie gerade gemacht. Hier sind sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13. Yeah, these are just this one. Yes, it's perfect. Boah, das sind sie. Okay. Okay. Wir fangen jetzt an. Sydneys erster Burger. Mein erster Burger, Roads erster Burger. Die sind gut. Wir haben einen guten Laden. Diese Pommes hier auch, die gehören zwar nicht zum Wettessen, aber die sind richtig geil. Das wollen wir einfach mal rühren. Unso mal krass. Unso mal krass. Unso mal krass. Ja, das ist ja jetzt dein zweiter, ne? Ja. Belli. Mein zweiter. Du schrubst heute mein Rücken. Ja. Mann auch? Mein zweiter? Mann auch. Kommt jetzt dein zweiter? Ja. Und diese Soße ist es. Muss dies erste? Ja. Das ist ja auch mein zweiter. Ja. Und wie gesagt, das ist mein Lieblings-Fastfood-Burgerladen. Das Burger ist sehr gut. Das ist ein Prozent der Filiale ist gut. Also in Amerika ist es ja wirklich Wahnsinn. Was sagst du zu dem Burger, Mette? Sehr lecker. Ja? Ja? Ja. Das ist dein erster? 100 Kalorien. Ältest du dein erster, ne? Das ist dein dritter, Musti? Ich sag ehrlich, mein dritter. Warte komm, es ist auch so lecker. Und langsam fang ich an zu rechnen. Boah. Das Ding ist, die sind so befettet, Digga. Ja. Ich fühle mich jetzt schon, dass auch jemand in meinem Bauch im Box hat. Ihr habt sie aber noch ein bisschen vor euch, ne? Ja. Ich hab gesagt, zwei. Elders ersten Burger geschafft. Das heißt, dann drei. Drei. Das ist vier. Drei. Drei. Wenn ich den aufesse, drei. Du hast zwei. Elders ein. Medina ein. Ich hab jetzt drei gegessen. Ich hab jetzt was gemacht. Rohre Drechnung. Woher? Du drehst dich am Zeichnen? Wie dotz. Das schreckt das dritte Auto. Das Problem ist, sie sind so verfettet. Sie sind klein und so, aber sie sind so verfettet. Sie sind klein und gemein. Das ist frisch, mein Mann. Das ist frisch. Ja. Und das sind die zweite Zimmer? Alle sind auch klemmt. Wie schnell auch. Wie der hier so klebt, wenn dieses Fett hier dran klebt. Die Burger Bands sind das Problem. Deswegen sind die auch so lecker. Ja, aber dafür sind die aber klein. Oh, das sieht aber voll hübsch aus so. Das ist ein Chili. Danke. Du bleibst bei 1 stehen da raus? Ich esse gleich. Alter, du musst ein zweites essen. Nice. Das sind erst seit neun Minuten, ne? Da sind immer viel. Das ist Nummer zwei. Ich bin jetzt fertig mit drei. Bei mir kratzt. Du bist fertig mit zwei? Drei. Achso. Wenn du den schaffst. Fünf. Vierzehn. Das ist dann drüber. Siebzehn. Eine. Zwei. Neunzehn. Boah. Wenn jeder jetzt seinen Burger noch kauft ist, dann haben wir neunzehn Burger. Ich glaube, sie holt sich die Cola. Heavyweight. Heavy Heavyweight. Undefeated Heavyweight Champion. Super Heavyweight Champion. Ich hab den EDI gewonnen. Noch nicht, oder? Boah. Habst du gewonnen, oder? Habst du gewonnen? Nein. EDI. Du bist unter sein EDI. Ja. Schmecken sie euch noch? Besser als hin und aus. Jetzt noch. Hater number one. EDI. Oder? Du musst dann weiter, oder? Heim B? Robert kriegt die Fahne. Was? Dann ist es denn hoffnungslos. Die sind wirklich schwer. Komm mal weiter. So. Habt drei fertig. Nummer vier, ne? Ja. Ab irgendeinem Punkt macht es gar keinen Spaß mehr zu essen. Und den Punkt habe ich schon beim dritten, ja. Ich auch beim eineinhalbsten. Wie viele hast du? Fünf. Einer sicher. Wie viele? Ja. Wie viele hat der Shiso geschafft? Elf. Sag ich ehrlich, ich glaube, Anna schafft die locker 14. 13? 14? 15. Ne, aber wenn der Shiso elf schafft... Shiso ist mehr als vier einer. Sag ich. Das ist sechs? Mmh. Heavyweight. Ja. Pussy? Was sagt er da? Du hast mehr in den Autos gegessen als die? Weil die besser schmecken oder was? Ja, weil die verkennter sind. Zweiter Burger, jetzt weg. Fakt. Ich hab gepupst und das stinkt. Guck. Stell dir vor bei dieser Food-Challenge. Jetzt sagt dir jemand, iss nochmal. Iss nochmal. Und du weißt, du musst in vier Stunden wieder dafür. Ich bin auf 2.000 Kalorien, du bist super. Ja, okay. Aber wie oft haben wir da so einen Burger? Also der macht keinen Spaß mehr. Der macht absolut keinen Spaß mehr. Vier. Vier durch. Ich bin auch laut. Du musst die macht die sechs Menge. Hä? Also er macht viel Stuhl. Und das auch ist 3.000 Kalorien. Ich bin nach dem Aoba bei mir. Ja? Ja. Okay, ich geh zu meinem letzten Burger. Ja, musst du mal rein. Schau dir so aus drei, oder? Ja. Muss ja gerade. Machst du auch die drei voll? Ich mein dritten. Ich bin ja bei dir knapp drei schon drin. Mhm. Kannst du dich durch? Ne, ich bin durch. Echt? Ja. Ne. Du, kannst du nach zwei nicht mehr, oder was? Ach so. Echt? Soll ich essen? Ich essen. Dann zeig doch mal. Ja, dann habe ich Bauchweh. Oh mein Gott. Wir haben keinen Bauchweh. Mein Magen ist anscheinend mini klein. Und meine Blase noch kleiner. Bis an dem schon fünf Minuten waren. Du musst die sechs fertig. Du musst die sechs fertig. Dann kann der Ring kommen. Diese Chen. Gehen. Wir machen ja ein Messer da runter. Also. Da musst du eigentlich einen noch wegen sieben. Was machst du eigentlich? Wie haben wir jetzt? Du hast sechs. Zwanzig. Du hast sechs. Du hast? Warte. Zwei. Es sind acht. Zwölf. Wir haben 25 bestellt. Sieht kompliziert. Wir haben 25 bestellt. Keine Ahnung. Wie habt ihr bestellt? Wir haben 16. 10. Wie habt ihr 10? 22. Wenn du das in deinen Aufrufst und rein hast. Wenn ich 10 aufreiste, 22. Ja, dann kann man auch rein. Gut. Warte. Machst du noch einen? Machst du noch einen? Einer für üppisch für uns. Ja, Bruder. Wird gehen. Das Ding ist, wenn ich jetzt nochmal ansetze. Komm vorbei. Einer geht drauf. Schlecht. 4.000 Meter. Also für in und aus. So wie du für jeden Tag? So wie er immer redet. Bruder, du hast gesagt, wir schaffen wir 7 bis 8. Als wir am Santa Monica waren. Wie viele Leute habt ihr gegessen? 4. Was? Und das ist nur ein mehr als ich? Er meinte. Ein mehr als ich. Ein mehr als ich. Mach mal die 4. 5. 5. Musi macht 7. Naja, aber das ist ein. Wenn ich jetzt ein weiße, ist das ein Koffer. Schrei mal nach Kuh-Diät zu machen. Was? Was gießt ihr jetzt an diesen Kuchen? Ja, Mannes. Und Butter. Aber ich muss sagen, der schmeckt so nach Kuh gerade. Ist auch Kuh. Nach Kuh? Ja, aber man schmeckt Kuh. Nach Kuh. Schmeckt Kuh. Und er sagt, der schmeckt nach Kuh. Wie soll das nach Kuh schmecken? Warum weißt du, wie Kuh schmeckt? Hast du schon mal Kuh gegessen? Nein. Na, du bist doch schlau. Ja. Na, du sagst du. Ehrlich? Mann, du isst doch gerade. Bruder, die beiden sind zu. Er weiß nicht mal, dass wir Kühe essen. Rind, Fleisch isst Kuh. Mann, die haben nur so gezahnt. Ja. Ja. Gezahnt. Bei mir ist er auch im Magen angekommen, Mann. Bei dem ist was anderes, Digga. Der liegt dir jetzt rum, oder was? Warte mal, du nimmst den 7. oder? 7. Du Edi, unter Edi bist du. Du bist unter Edi, du darfst gar nicht reden. Du nimmst den 7. Sagst Cristiano Ronaldo und dann auf einmal Dings. Du machst das Wüten mit dem. Du hast so viele wie Eli, oder nicht? Ja. Weil du wichst. 50 Kilo mehr als Eli. Auf Gewicht? Was mit dir? Auf Gewicht gehen? Auf Gewicht gehen? Auf Gewicht gehen? Eli, mach nur ein bisschen, dann bist du verrohrt. Nur was mit großen Tönen davor. Man wird auch so müde. Ja, guck mal, das Ding hier. Ich glaub, das hatte 300 Kalorien. Verkommens noch. Das sind so 2600 Kalorien. Aber so voll viel Fett, Alter. Fett macht einen. Fett ist der Wirt. Ja, Burger. Ja, Bonbon. Ja, Bonbon. Was, Mann? Das ist im Kopf, Mann. Ich pupse, Achtung. Ich mach mal mit. Immer noch? Achso. Was denn? Achso, mein Poop? Oder was? Hä? Mein Poop? Achso, nein. Dein Bauch. Na gut. Musti? Nein. Keine Burger mehr. Ja, okay. Dann auch kein Bonbon. Nein. 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 Ach, auch hier letzte. Nein. Kotzt aus oder was? Kotzt aus. Ja, immer wie wir. Ich mach's immer mehr an. Ich muss wieder pupsen. Ach, sorry, ich muss pupsen. Was? Was? Boah, ich hab' Tränen in den Augen. Ich will nicht mehr verhören, das reicht. Wir haben als Team... Ich hab' vier. Du hast vier. Du hast zwei. Du hast zwei. Du bist bei zehn. Du hast sechs. Sechs. Sechzehn. Ja. Es sind ja drei. Neunzehn. Ich auch drei. Also 22. Wir haben 22 Burger gegessen. Du weißt ja, ich hätte gedacht, wir schaffen vielleicht sogar mehr, aber die schallern so rein irgendwann. Ist die nur richtig fettig auch. Ja. 22 Stück. Aber es ist wirklich lecker. Die Burger haben wir uns mitgeben lassen. Drei Stück. Die verschenken wir, glaube ich, jetzt noch. Weil hier gibt's extrem viele Obdachlose. Die können wir noch verschenken. So, meine lieben Freunde, das war's vom Video. Wir waren... Wo ist es? Bei... Na perfekt. Wir waren bei Shake Shake. Ist wirklich ein sehr, sehr leckerer Laden. Kurzes, knackiges Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich mag das immer, wenn man beim Essen selber sich Essensvideos anguckt. Wollen wir mal gucken, wie viele Burger wir schaffen. 22. Das Ding war over dann. Ist aber auch der beste Burger dann hier. So, also fast food. Auf jeden Fall. Du hast ein Like da. Was hat man da gesagt? 30.000 Likes. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Macht beim Gewinnspiel mit. Jeder kann mitmachen. Müsst dafür auf Insta folgen und auf YouTube folgen. Die Liebe geht raus.